Einen wunderschönen Dienstagabend wünsche ich euch herzlich willkommen. Hier ist euer Lieblings-Podcast. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Der Kinder-Podcast. Hier ist Ab ins Bett mit der 749. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und Hallihallo sage ich zu euch. Schön, dass ihr mit dabei seid am Dienstagabend. Wollen wir mit dem Recken und Strecken schon beginnen? Oder habt ihr noch Lust, vielleicht mit Mama und Papa das Handy in die Hand zu nehmen? Fragt doch da mal nach. Ich würde mich nämlich sehr über etwas freuen, was ihr mit dem Handy machen könnt. Nämlich eine Bewertung für Ab ins Bett abgeben. Damit könnt ihr anderen Kindern und Erwachsenen diesen Podcast empfehlen. Sagt also zum Beispiel bei Spotify, jawohl, das ist gut, das mag ich. Dann gebt eine 5-Sterne-Bewertung ab und klickt die Glocke noch bei Spotify. Oder wo auch immer ihr hört, da kann man meistens so eben eine Bewertung abgeben. Bei Apple Podcasts zum Beispiel lassen sich sogar einige Zeilen dazu schreiben. Also wenn ihr da Lust habt, freue ich mich sehr, auch eine Bewertung zu lesen. Vielen lieben Dank dafür. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, wenn ihr das macht. Denn ihr helft mir extrem damit. Dankeschön. Jetzt aber das Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang, spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch doch einfach ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Heute am Dienstagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 749. Gute-Nacht-Geschichte für Dienstagabend, den 13. September. Elena und die Ruck-Zuck-Geschichte. Elena ist ein ganz normales Mädchen. Sie liegt in ihrem Bett und sie möchte schlafen. Es ist ein ganz normaler Dienstag. Es kann sogar der heutige Dienstag sein. Wir hören mal rein, bei Elena, in ihrem Kinderzimmer. Ich will nicht schlafen. Ich will nicht schlafen. Ich will wach bleiben, sagt sie zu ihrer Mama. Aber warum denn, Elena? fragt die Mama. Weil ich heute noch etwas tun möchte. Ich möchte mein Hörbuch noch zu Ende hören. Heute war Elena mit ihrer Mama nämlich in der Bibliothek. Dort leiht sie sich Bücher aus. Und auch Hörbücher. Elena liebt es, mit Hörbüchern einzuschlafen. Das Problem dabei ist, dass Elena einschläft. Meistens schon, bevor das erste Kapitel vorbei ist. Und so hört sie nie die Hörbücher zu Ende. Heute, als sie in der Bibliothek war, hat sie sich aber fest vorgenommen, ihr Lieblingshörbuch von vorne bis hinten zu hören. Eigentlich kennt sie bisher nur das Buch. Mama hat es ihr vorgelesen. Es ging um einen jungen Zauberlehrling. Und nun ist das Hörbuch da. Das möchte sie hören. Die ganze Nacht lang. Ohne einzuschlafen. Elenas Mama versuchte zu erklären, dass das nicht geht. Denn das Hörbuch geht schrecklich lang. Und außerdem ist das nicht das Richtige zum Einschlafen. Aber ich will doch gar nicht schlafen, sagt Elena. Stattdessen erzählt Elenas Mama ihr nun eine Geschichte. Eine Gute-Nacht-Geschichte. Doch einschlafen mag Elena nicht. Sie tut nur so, als würde sie schlafen. Mama denkt sogar, Elena ist tatsächlich eingeschlafen. Sie spürt nämlich, wie Mama ihr einen Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn gibt. Still und heimlich und ganz, ganz leise macht sie nun das Hörspiel an. Vom jungen Zauberlehrling und seinen Freunden. Doch irgendwie klingt das Hörspiel ganz anders, als es sich Elena vorgestellt hat. Das Hörspiel beginnt. Doch sie hört nicht die Geschichte vom Zauberlehrling. Sie hört nur eins, zwei, drei. Die Gute-Nacht-Geschichte ist vorbei. Was ist denn das? Denkt sich Elena. Wie soll sie da einschlafen? Vielleicht kommt ja als nächstes die Gute-Nacht-Geschichte. Sie drückt auf dem Knopf an ihrem CD-Player. Das nächste Kapitel sollte nun starten. Und wieder ertönt aus ihrem CD-Player. Vier, fünf, sechs, schlafen heißt es jetzt. Doch von Müdigkeit kann Elena nicht sagen. Sie will jetzt ihr Hörspiel hören. Sie drückt nun den Knopf, um das nächste Kapitel auf der CD zu hören. Sieben, acht, neun. Das Schlafen wirst du nicht bereuen. Elena wird langsam richtig sauer anstatt müde. Sie schaltet den Knopf weiter. Zehn, elf, zwölf. Die Lieblingszahl ist drölf. Jetzt reicht es Elena aber richtig. Drölf ist nämlich gar keine Zahl. Das weiß sie. Was da aus dem CD-Player rauskommt, ist auf jeden Fall nicht die Geschichte des jungen Zauberlehrlings, die sie unbedingt hören wollte. Wie kann das denn sein? Sie schaut sich die CD an. Und tatsächlich, darauf steht Ruck-Zuck-Geschichte. Tatsächlich ist das nicht die Geschichte vom Zauberlehrling, sondern irgendetwas anderes. Vielleicht hat die Frau in der Bibliothek die falsche CD eingepackt. Das findet Elena nicht gut. Sie will doch ihren Zauberlehrling hören. Jetzt, hier, sofort. Und sie möchte nicht bis morgen warten. Oder übermorgen. Oder nächsten Dienstag, wenn sie das nächste Mal in die Bibliothek gehen. Denn die Ruck-Zuck-Geschichte, das ist doch ein großer Quatsch, meinte Elena. Sie legt sich nun hin und schaltet dennoch den CD-Player noch einmal ein. Wer weiß, was da noch kommt. Doch die CD mit den Ruck-Zuck-Geschichten scheint vorbei zu sein. Es kommt nichts mehr. Doch auf einmal schreckt Elena auf. Denn aus dem CD-Player kommt doch noch einmal eine Ansage. Achtung, du bist bis hier gekommen. Bis zum geheimen Ende. Die Ruck-Zuck-Geschichten, die sind nun vorbei. Doch Achtung, jetzt wird es hier noch viel flotter. Hier ist nämlich der Zauberlehrling Harry Potter. Elena kann es nicht fassen. Ganz am Ende der CD kommt nun das geliebte Hörspiel, auf das sie schon so lange gewartet hat. Doch mittlerweile ist Elena so müde, dass sie trotz lauter Aufregung sich hinlegt, die Augen zumacht und einschläft. Noch bevor der Zauberlehrling in der Zauberschule ankommt. Und Elena weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träumt was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Abinsbett.net Gute Nacht. Träumt was Schönes. Abinsbett.net Abinsbett.net Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020